Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Dee. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit der Numerologie, der Astrologie und auch mal mit dem Human Design System, um dich bestmöglich weiterzubringen. Wir haben jetzt hier also schon das 19. Türchen sozusagen, heute mal wieder mit Türchen, ja, eure Tagesenergie. Es gibt jetzt bis Weihnachten immer eine Tagesenergie für euch, eine Tageskarte aus meinen zahlreichen wunderschönen Decks. Ich bin jetzt hier auch am Design von meinem Kartendeck. Auch das wird irgendwann fertig sein, wenn es dann an der Zeit ist, ja. Draußen macht irgendjemand Krach. Entschuldigung. Nun ja, es gibt einfach Tage, wo dann irgendwie alles auf einen niederprasselt. Ihr kennt es und vor allen Dingen kennen wir das gerade vor Weihnachten wahrscheinlich. Und dann spinnt die ganze Welt und ich hoffe, dass mein Handy jetzt nicht schon wieder irgendwas macht, was mir nicht gefällt. Und ich hoffe, dass es gut durchkommt durch dieses Video hier für euch, ja. Ja, wir sind ein ganzes Team voller Kartenlegerinnen und wenn du, ja, einen Job brauchst oder einfach Lust hast, bei uns zu arbeiten, du dann melde dich einfach per E-Mail und wenn du den Eindruck hast, dass du vielleicht, ja, talentiert sein könntest, dann gibt es auch bei uns Workshops und auch ganze Ausbildungen und das Pfeifen hört einfach nicht auf. Manchmal ist das auch eine Spiegelung des Inneren, dass man sich einfach innerlich aufregt und dann von außen diese ganzen Störquellen kommen. Also ich kann das gerade absolut bestätigen. Gut, ich lege euch jetzt einfach mal hier eine Karte. Also ich würde dir auch empfehlen, halt den Kanal zu abonnieren. Gibt es nämlich jeden Tag eine Tageskarte bis Weihnachten. Kann sein, dass ich die letzten paar Tage sozusagen keine mehr machen kann. Aber dann gibt es einfach die restlichen Karten als eingebündeltes Orakel. Okay. Und jetzt, ich habe auch schon mal reingelunzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist eine ganz, ganz schöne Karte, weil das passt auch gerade total zum Tag. Und pass auf, was da steht, Klarheit. Machen Sie Yoga und meditieren Sie. Machen Sie Yoga und meditieren Sie. Heißt für mich auch so viel. Lass einfach mal die Welt Welt sein mit ihrem Geschrei und chill einfach mal. Weil wir haben Gott sei Dank auch bald wirklich ein paar freie Tage. Ja. Außerdem, wenn man sich auch mal entspannt, dann kommen auch wirklich die guten Ideen und die kreativen Einfälle. Eigentlich, das ist dann so das Sprichwörtliche, die Kunst entsteht auf der Toilette. Also wenn man so, so nach dem Motto, die besten Sachen fallen einem so auf den Klo ein oder irgendwie. Einfach dann, wenn man so das Hirn mal ausschaltet oder einfach, ja, sich in diese Stille begibt. Und das kann ja einmal wirklich eine Anspielung sein hier mit dem Meditieren einfach auf ein paar freie Tage. Oder dass du diese verdient hast, dass wir diese verdient haben. Auch der Typ da draußen, der jetzt Gott sei Dank aufgehört hat. Und ja, und hier steht auch noch etwas Schönes. Und durch die Ruhe kommen wir auch in die Klarheit. Jetzt will ich euch den Text hier mal vorlesen. Bringen Sie Ihren Körper und Ihren Geist in Einklang, indem Sie Yoga machen oder eine andere harmonisierende Bewegungspraxis erlernen. Alle Hochleistungssportler sammeln sich und meditieren, bevor sie ihre Leistung erbringen. Lernen Sie Meditation und Yoga für Ihr Wohlbefinden und Ihren Erfolg einzusetzen. Und ich glaube, dann kommt auch viel mehr Ruhe in ein Selbst hinein. Dankeschön fürs Anschauen. Dankeschön fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht unterkriegen, ja. Genau. Und wenn ihr eine Beratung wollt mit mir oder mit meiner wunderbaren Kollegin, der Dominika, wir haben Angebote jetzt bis Weihnachten. Bis Weihnachten, das ist jetzt hier das Angebot, was ich euch auf jeden Fall mache. Bis Weihnachten auch als Dankeschön für euer ganzes Vertrauen. Gibt es nämlich die halbe Stunde mit uns hier, halbe Stunde großzügig, ja, also ohne auf die Stoppuhr zu gucken, einfach für dein Thema so. Dann ist es so, dann kannst du per WhatsApp oder Facebook uns anschreiben, dein Thema mal schildern und innerhalb von 48 Stunden bekommst du auch schon das Ergebnis. Und wir sagen dir dann halt, wie lange wir dafür brauchen werden, okay. Und diese halbe Stunde kostet nur 30 Euro anstelle von 37 und im polnischsprachigen Bereich, weil ich mache auch auf Polnisch und auf Englisch die Videos, gibt es das Ganze eine halbe Stunde anstelle von 110 für nur 100 Slot. Das wäre das Wort jetzt zum 19. Dezember. Und ja, viel Spaß beim Ausruhen vielleicht schon oder ansonsten viele stressfreie Momente noch vor Weihnachten wünsche ich euch. Bis dann, das war Michelle D. Ciao.